Der Wievielsteder Hähnchenmäster Gerd Kuck öffnet kommenden Sonntag, den 7. Juli, einen seiner vier Mastställe. Dort können sich die Besucher ein Bild von der Haltung der Tiere machen. Neben dem Blick hinter die Kulissen bietet Kuck auch ein wenig Programm. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut und bei einem Hofquiz gibt es einige Kleinigkeiten zu gewinnen. Besichtigt werden kann auch die Biogasanlage sowie die Blühstreifen an den Äckern. Von 11 bis 17 Uhr hofft der Familienbetrieb Kuck in Wievielstede auf jede Menge Besucher. 3.000, 2.000 Euro.